hallo leute und willkommen zu einer runde kurs geauft mehr pixel sg ja heute mal wieder eine runde kurs geht und natürlich auch mit irgendwas am start und zwar heute habe ich ein pack am start was mir mega gefällt und ich das einfach mal so vorstellen wollte der download link ist natürlich in der beschreibung verlinkt könnt ihr gerne mal downloaden könnt ihr eure meinung zu den packs in die comments schreiben das ist ziemlich gut für soup und kurs g finde ich natürlich ist nur default edit aber weiß nicht ich mag solche packs ist ja meine meinung ihr könnt ihr gerne andere meinung haben aber ich finde packs einfach geil und den da können wir holen ja dankeschön haben wir auch in nächster zeit wenn ich jeden zweiten tag video kommen wird wahrscheinlich meistens kurz geschein habe ich im letzten video eigentlich schon angesprochen nur wollte ich jetzt nochmals sagen in dem video war das vielleicht nicht so viele gesehen haben kann er sein jedenfalls werde ich auch nur zwei runden kurs gespielen da ich irgendwie kürzere videos liebe habe als so weiß ich so vier fünf minuten videos ich bleibe über einen zwei drei minuten videos da ich finde irgendwie das immer am besten ist soll der typ weiß nicht jetzt gerade ein bisschen ich kann dann irgendwie nicht wirklich bekommen weil ich immer loben aber ich probiere es jetzt und vielleicht können wir den kommen glaube ich schon oder sollte er eigentlich drin sein und leute wir haben mit einem halben herz verloren ich würde sagen leute wir sehen uns gleich in der zweiten runde so leute zurück in der zweiten runde auf dem app super mario ihr merkt wahrscheinlich selber dass ich im moment irgendwie ziemlich motiviert bin ich weiß auch nicht liegt wahrscheinlich daran dass irgendwie wieder spaß macht kurs g kann echt daran liegen lol lol ok den haben wir gerade richtig runtergebumst naja auf jeden fall leute könnt ihr gerne auch mal ein like droppen wenn ihr euch weiß nicht oder wenn ihr das wenn euch das pack gefällt würde ich mal sagen und natürlich die meinung von euch würde mich auch freuen ich weiß nicht in letzter zeit macht kursg einfach mehr spaß ihr könnt ihr auch mal so in die comments schreiben ob euch kursg auch wieder in letzter zeit mal spaß macht und das war gerade ein snack double kill und den da kommt bitte auch noch ok diese kommen wir gerade ein bisschen gras und den auch gerne snacken danke haben wir das ist jetzt gerade nicht passiert solch ich hänge jetzt mal noch eine runde dran weil das kann ein bisschen fail war am ende da sind wir jetzt auf community hat ein bisschen da habe ich ein bisschen lag das ist halt echt ein bisschen ekelhaft aber ich hoffe man lag nicht zu sehr dann dürfte auch nicht zu sehr legen eigentlich halt manchmal habe ich so kleine standbilder dann aber dürfte eigentlich sonst gehen so den da beide bitte bekommen den da auch noch und den auch noch gg wir rassieren gerade komplett die runde das ist auch mal cool wieder so macht natürlich kursg auch spaß wenn man die runde rassiert ja was macht er ich verstehe es nicht der geht halt genau in die ecke rein und den da können wir auch holen wir haben pfeile dürfen wir nicht kommen oder so da haben wir den auch noch die runde läuft ziemlich gut dann leben noch zwei gegner werden sieben kills ist echt krass eigentlich ist auch einfach meine ersten aufnahmen versuchen also ist eigentlich ganz gut dafür so den haben wir auch und dann jetzt 101 gegen flottastisch es gab ja auch ein youtuber oder so mit 20k glaube ich auf jeden fall kursi gehen raus mann so den haben wir glaube ich jetzt ja den komponen wir so leute dann haben wir die runde endlich noch gewonnen auch noch dann würde ich sagen leute wir sehen uns einfach weiß nicht beim nächsten video wieder und dann würde ich mich über eine pulsierdruck freuen und eure meinung zum textwerk auch und dann würde ich sagen ich hoffe es demnächst mal leute ich hoffe es demnächst mal leute